Willkommen in unserer orthopädisch-unfallchirurgischen Facharztpraxis. Unser Leistungsspektrum umfasst die gesamte konservative und chirurgische Orthopädie. Die Spezialisierung liegt in der Behandlung von Gelenken an Extremitäten und Rumpf. Um Belastungen durch Operationen gering zu halten, werden minimalinvasive Techniken eingesetzt. Wir behandeln alle Kassen und freuen uns, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen. Sie finden uns im Münchner Zentrum im Schäfflerhof, Eingang gegenüber Loden frei. Die Spezialisierung ist in der Behandlung von Gelenken an Extremitäten und Rumpf.